Was ist die Zukunft der Digitalisierung? Erforscht digitale Alternativen und erarbeitet kritische Utopien. Egal ob in der Schule, an der Universität, für eine Fortbildung oder am Arbeitsplatz, Making Sense of the Future bietet euch kreative Teamübungen und Denksportaufgaben. Mit dem Werkzeugkasten habt ihr freien Zugriff auf digitale Lernressourcen. Nutzt sie, um kreativ zu werden, neue Ideen zu erproben und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ihr findet die Übungen und alle weiteren Materialien unter Make Sense of your Future.